Aber so wie es aussieht, haben sie bis jetzt noch nicht den Drang, nach oben zu kommen. Vielleicht sind sie zu weit unten. Das ist dann wahrscheinlich so mein Glück, was ich habe. Das ist Eis. Nahrung, die ich brauche. Ein bisschen Obsidian und Titan, ein paar Steinfiguren und ein bisschen Gold. Eigentlich müsste ich von da aus an die meisten wichtigen Sachen rankommen. So, sehr gut. Weichere Betten und dann die Verbesserung für die Arbeiter. Nebenbei Betten. Nö, ist jetzt gerade schlecht. Aber was ich machen kann, ist, dass... Nein, das Obsidian spare ich mir auch mal auf. So, Stufe 5 erreicht. Militär. Militär. Dann macht hier mal... ...alles fertig platt. Jawohl. Das dürfte denen wirklich einen guten Boost geben. Kriegen die da unten eigentlich auch was davon? Nein. Das finde ich okay. Okay. Wir kriegen doch jetzt sogar Holz dafür, hä? Auch wenn es nicht viel ist. Aber es ist wenigstens etwas. Oh ne, das Holz spare ich mir jetzt auf. Und das Holz würde ich mir eigentlich auch aufsparen. So, hier sind Tunnelgänge. Das heißt, ich kann von hier aus nach da drüben graben. Wahrscheinlich darüber. Wohin ich in die Richtung graben kann, das ist mir noch nicht bekannt. Aber das werde ich dann ja sehen, wenn es soweit ist. Genau, macht das kaputt. Ja. Damit ist der Teleporter hier weg. Und ihr beide habt Stufe 8 erreicht. Hm. Mach mal hier zu. Und wo ist mein Baumeister? Ach, der ist auch hier. Zusammen mit einem Miner. Aber das ist okay soweit, denke ich mal. Und gib denen mal zwei normale Trainingsfiguren. Ja. Kämpfer und Speerwehrvergleich. Und sobald alle Level 11 sind, versuche ich mal den Raum hier unten zu säubern. Indem wir uns da so energisch reinbuddeln. So. Du kannst hier raus. Und wenn alle Stufe 11 sind. Ja, und hier kann ich einen hübschen Fallengang buddeln. Wenn das hier dann nämlich mein Sprungbrett wird. Solch! Hm. So, wir haben einen Punkt wieder. Jetzt fehlt noch ein zweiter. Dann haben wir die bessere Arbeitergeschwindigkeit. Schlafsäcke. Wofür auch immer die Forschung gut ist, dass sie da Schlafsäcke eingebaut haben. Weil jemand, der vernünftig ist, der lässt seine Zwerge nicht auf dem Boden schlafen. Und ja, ich werde hier unten wahrscheinlich dann die, den Brückenkopf einrichten. Erst einmal. Das heißt eigentlich, reichen hier oben vier Betten. So. Hier mal zu und weiter zumachen. Okay, den Block sehe ich jetzt teilweise an, dass er noch Block ist. Oh, das war eins zu viel. Okay. Und ich glaube, ich hätte lieber Eisonne bauen sollen. Das wäre schneller gegangen. Ich habe ja genug Eisen. Bösch, bösch! Ich glaube, ich tue mal ein bisschen Speedboosten jetzt gerade. Weil jetzt passiert eh nichts Interessantes. So. Und zwei aus Eisen. So. So. Jawohl. Jawohl. Ich könnte 100 Eisen verkaufen. Aber Eisen bräuchte ich eigentlich noch. Ich verkaufe mal... ...10 Eisen. ...40 Eisen, so. 50 Eisen. Ja, die beiden hochtrainieren. Schnappen wir mal kurz dich hier. Oh, was mir gerade so einfällt. Die beiden könnten schnell die Maulwürfe töten. Du könntest mir nämlich mal wenigstens zwei Truhen hier errichten. Auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Aber das sind schon mal 300 Erfahrungspunkte, die sie jetzt haben. So. Kann mir Miner schnappen. Der für mich hier schnell ausmeinert. Da ist noch mehr Eisen. Das habe ich mir schon fast gedacht. So. So, du hast gleich dein Level ab. Kannst du schon mal da raus. Den da muss ich auch gleich da rausfangen. So. Und du hast auch dein Level ab. Gut, dann warten wir jetzt schnell genau, bis das wieder aufgefüllt ist. Und schnappen wir uns unsere Soldaten, die wir haben. Und Überraschungsangriff. Äh, 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 Mist. Da hat mein Teleporter nicht schnell genug wieder aufgeladen. Kein Problem, den können wir wieder hoch trainieren. So. Ihr könnt wieder hier nach oben. Und euch erstmal ausruhen. Ich hole gleich mal ein Ersatzzwerg. Und wir können Arbeitstempo machen. Kriege ich jetzt bessere Pflanzen, bitte? Nein. 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 Mann, wie kriege ich noch nur bessere Pflanzen. So. Das heißt, die Leiter nach da oben. Äh. Jetzt kann ich sie anbringen. Okay. So. Immer noch keine besseren Pflanzen? Nein. Blöd. So. Lass mal kurz den Arbeiter rein, dass er hier oben fertig bauen kann. Jawohl. So, zumachen. Gut. Ah, den... Den einen... Block hätte ich noch gerne ausgegraben. Das dürftet ihr ja irgendwie hinkriegen. Dass das Ganze nicht so komisch aussieht. Am besten das hier auch noch alles. Menno, gib mir bessere Holzpflanzen. Oh, du kommst nicht an deinen Forschungstisch. Jetzt kommst du an deinen Forschungstisch. Aber dass mir jetzt der eine Zwerg gestorben ist, ist doof. So, und da dürfte jetzt noch meiner rankommen, schnell. Ernsthaft? Dahinter ist Gold. Gold. Sogar viel Gold. Na komm. Hol das Gold. Sehr schön. Gut, wieder auf Normalspeed. Und dann würde ich sagen, gibt es hier jetzt erst einmal wieder einen kleinen Cut. Also, bis dann. Ach ja, ich habe vergessen, zurück zur Welt zu gehen. Damit ihr auch, ja, seht, dass ihr Erfahrungspunkte den Einfluss kriegt für die eine Königsquest. Entschuldigung. Dafür. 75 Einfluss erlangt. Sehr schön. Gut. Aber jetzt bin ich dann weg. Also, bis gleich.